Okay, guten Morgen nach oben. Fangen wir gleich an. Alles soweit wie da ist? Perfekt. Die Beine öffnen. Side to side. Und lecknen. Schön. Okay, fangen wir gleich an. Mit Schultern nach hinten kreisen. Noch vier. Drei. Zwei. Die Arme nach oben. Und hier war fest. Die Arme nach oben. Und weiter kreisen. Ein bisschen mehr Strecke im Rücken. Mit den Armen zu der Herzen. Vier. Drei. Zwei. Okay, jetzt gehen die Arme runter. Und hohe Verschließen. Spannend aufbauen. Wenn das geht, geht es ein bisschen tiefer in die Knie. Die Arme zur Seite. Bauch fest. Und beuge auf. Eine Seite nach links und rechts. Und jetzt. Jetzt ist alle er ruhig. Okay. Noch vier. Drei. Zwei. Wieder gerade bleiben. Und wir gehen los. Wir ziehen. Immer ein. Auch nach oben. Und das andere zu. Zum Aufwachen. Und wechseln. Vier mal. Drei. Zwei. Und jetzt immer ihr Wechsel. Eine Seite nach die andere. Ein Arm geht hoch. Die andere auf die Seite. Drei. Vier. Drei. Zwei. Okay. Die Arme unten. Ein bisschen Stimme lassen. Wir schließen die Beine. Am Platz marschieren. So, alle mit der rechten Seite. Rechts, links. Rechts, links. Acht auf eins. Öffnen. Und schließen. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Ein bisschen mehr in die Knie gehen. Vierze zuerst. Zum Boden. Genau. Dann wir fliegen los. Schritt machen. Und die Knie nach außen. Klasse. Rechts, links. Rechts, links. Öffnen. Schließen. Immer im Wechsel. Okay. Husten schließen. Gerade Arme. Und die Arme in die Knie hoch. In jedem Schritt. Und wieder rutschen. Okay. Noch vier. Aufwachen. Komm schon. Wir wechseln die Beine. Ohne Arme. Öffnen. Schließen. Links, links, links. Links, rechts. Links, rechts. Öffnen. Schließen. Nach außen. Nach innen. Komm. Einschalten. Und sieh, wenn die Knie geht. Die Arme vorbereiten. Lass sie gerade. Füße schließen. Und. Hoch und runter. Auf die Ferse kommen. Mit beiden Füßen. Komm, noch ein bisschen. Noch viermal. Drei. Zwei. Und. Marschieren. Ablass. Wir sind alle wach. Okay. Tritt zur Seite mit links anfangen. Links und rechts. Wir bleiben auf dem rechten Bein stehen. Lass die Knie bitte beugen und mit dem Körper etwas nach vorne gehen. Hier gerade das linkes Bein hoch und wieder zurück. Mit der Zehenspitze zum Boden kommen. Mach den Bein fest. Bis zu ziehen. Spitze. Perfekt. Körper muss hier auf der Seite bleiben. Zum Ausgleich. Und der Balance. Weiter. Wir streichen das linkes Bein. Und riecht dich im Rücken immer auf. Atme gleich links. Okay. Wir versuchen dann auf einem Fuß stehen zu bleiben. Die Arme öffnen. Rechts und links. Das Knie ist angewinkelt. Vom rechten Bein. Okay. Es geht langsam nach vorne. Mit den Armen und mit dem Bein. Riecht das Knie. Komm wieder zurück. Körper muss auf die Seite und das Bein stecken. Auch gerichtet im Rücken. Langsam nochmal. Senkt recht wird. Arme gehen nach vorne. Das Bein auf. Ein letztes Mal. Langsam halten das Gleichgewicht. Und fertig. Marschieren. Das Bein brennt. Sonst muss ich bis nach oben. Sehr gut. Okay. Wieder fest zur Seite. Und wir reichen langsam auf die andere. Auf das andere Bein. Ja. Die Arme seitlich. So. Jetzt bleiben wir auf dem linken Fuß stehen. Hier wieder aufpassen. Erst nochmal Zeit nehmen. Knie angewinkelt. Das rechte Bein oben. Und los. Mit Spannung von der Hüfte bis zur Fußspitze. Genau. Eben Rücken aufgerichtet. Lass das Gewicht auf deinem Standbein. Körper muss auf der Seite bleiben. Genug am Tiefen, am Boden. Perfekt. Achtung. Wir lassen das Bein in der Luft und halten sie überlassen. Standbein am Gewinkel. Genau. Die Arme zur Seite. Klar müssen wir wieder aufrichten. Im Rücken. Senkt recht. Arme gehen vor. Und wieder zurück in die Ausgangsposition. Atme. Noch zweimal. Langsam. Das Bein geht zu ruhig noch vor. Und ein letztes Mal. Sprech die Arme um das Bein. Und wieder vor. Sehr gut. Marschieren am Platz. Es geht wieder mit dem Trepp weiter. Links. Rechts. Jawohl. Wir nehmen sie auch jetzt gleich zur Seite. Fäuste schließen. Bauchspannung wieder erzeugen. Atmen. 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 Wir lassen wieder das linke Bein außen stehen auf dem rechten Fuß. Das Bein geht wieder nach oben. Und ganz klein dipen. Und macht die Arme auch mit. Kleine Dipen gegen. Wieder ganz fest das Bein von oben bis nach unten. Und auch die Arme festhalten. Bein. Bewegung aus der Hüfte und aus den Schultern. Halten das Gleichgewicht noch ein bisschen. Okay. Marschieren. Achtung. Es geht hier in der Hüfte. Hier auf die Seite weiter. Die wechselt. Und natürlich auch die Übung auf der anderen Seite. Okay. Hier wieder den Bauch einziehen. Spüre die Spannung in der Körperniss her. Die Arme gehen gleich zur Seite. Wo ist das Schließen? Jetzt bleiben wir auf dem linken Bein stehen. Balance finden. Langer Rücken. Fangt hier den Bein an. Genau. Ganz kleine Bewegung. Und die Arme mit. Perfekt. Ganz klein. Die Bewegung muss nicht groß sein. Super. Die Arme in der Schulter bewegen. Das Bein in der Hüfte. Durchhalten. Komm. Noch eine Weile. Das ist ganz wachlich. Die letzten ab. Noch vier. Drei. Zwei. Marschieren. Okay. Sehr gut. 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 Und die andere. Gut. 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 Es geht mit einem kleinen Auswahlschritt nach vorne und wieder zurück. Beine bleiben geöffnet. Wenn du mehr möchtest, dann gehst du tiefer. Die Viernie beugen. Hier hinten muss die Ferne in die Luft. Achtung, wir wechseln das Bein. Mit links, kleinen Schritt, kleinen Anfang. Die Beine sind geöffnet. Und hier das Gleiche. Wenn du mehr möchtest, gehst du tiefer in die Vier. Kleiner Schritt. Im Rücken aufgerichtet bleiben. Noch zwei. Marschieren. Durchlaufen. Jetzt noch eine kleine Steigerung von der Übung, die wir jetzt gemacht haben. Damit wir schön die Beine spüren. So. Ich will jetzt die Matte etwas wegschieben, damit wir uns da nicht ausrutschen. Damit wir das nur auf dem Boden machen. Genau. Kleiner Schritt nach vorne mit rechts. Viermal. Dann bleiben wir. Und viermal. Und es geht noch ein bisschen mehr runter zu hoch. Genau. Beine geöffnet. Komm wieder zurück und mach wieder die vier Schritte. Also. Tief. Hoch. Wie stark beugen. Wie viel. Wie viel. Wieder zurück und die Schritte. Viermal. Genau. Letzte Runde. Wie viel. Wagen. Und wieder auf beiden Füße. Marschieren. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr gespürt, oder? Ja, sehr gut. Wir wechseln die Seite. So, noch mal schauen, dass wir Platz vorne haben. Füße und Knie immer geöffnet, also Hüftbreiter statt. Link ist weit, es geht vor, kleine Schiff. Und bleiben und geben. Jeder legt sich ins Zeug. Noch vier, drei, komm zurück und wieder die Schritte. Viermal. Drei, zwei, bleibe, wie fest. Vierteres Knie geht mehr zum Boden. Und wieder die Schritte, nur viermal insgesamt. Hüft. Letzte Runde, wie fest. Vierteres Knie, komm wieder auf beide Füße, marschieren. Und ich will jetzt kurz zu dringend Pause. Geile? Okay. Geht's allen gut? Alle warm? Super, super, super. Die Beine bitte öffnen. Wir gehen ins Knie, schütze ich auch die Uberschickel auf. Die Färzen im Wechsel heben. Ohne, dass du nicht mehr hoch und runter gehst. Also wirklich hier. Füße, nur die Füße. Und die Knie machen wir. Gut. Die Arme strecken wieder mit beschlossenen Fäusten. Und wuffeln, hochziehen. Genau, perfekt. Hier nach außen. Durchhalten. Richtet sich im Rücken auf. Brustbereich etwas nach oben. Halte den Bauch aktiv. Noch achtmal. Vier, drei, zwei. Wir bleiben auf dem Färzen. Stehen die Arme, machen weiter. Ab geht's. Ich weiß, den Nacken, gell? Strecken. Also bewusst hier. Die Länge im Nacken erzeugen. Ziehen die Schultern nach hinten unten. Und macht weiter. Lange ab. Das nicht. Also hier immer gestreckt. Jawohl. Wir gehen noch ein bisschen tiefer mit dem Popo. Vier, drei. Halte. Meter drauf, etwas nach vorne geh. Und die Arme gehen runter und hoch. Wenn du die Arme nach hinten schiebst, spürst du, wie deine Schulter blättern zusammen geht. Genau. Stell dir vor, wir haben ein Gummiband und dann ziehen wir so richtig stark auseinander. Halte durch. Noch achtmal. Gerade die Wirbelsäule. Spür die Muskeln oben in deinen Rücken. Nur noch vier. Dreimal. Zwei. Zwei. Eins. Sehr gut. Stütze dich auch die Beine auf. Ein bisschen entspannen. Rücken rund. Hoch nach unten. Die Beine im Wechsel. Ruhigen und strecken. Noch vier. Drei. Zwei. Okay. Hände gehen. Hände gehen zu Master. Knie ein bisschen mehr ruhigen. Setz dich hin und schau nach vorne. Die Fersen müssen zum Boden. Hoch und runter. So weit, bis wir dir gehen. Die Beine strecken. Wir bleiben hier. Halten. Ab. ... ... ... ... ... Puppa geht richtig grundsamt, richtet sich im Rücken aus, bis du nach vorne schauen kannst. Und nochmal, die Beine durchstrecken, bleiben, weiter atmen. Ein letztes Mal. Knie beugen, beugen tief. Die Arme kurz nach vorne. Das Gewicht auf den Füßen spüren, jawohl, perfekt. Und es geht wieder mit unseren Beinen geraten. Durchatmen. Füße ein bisschen enger. Wir gehen langsam auf den Martell. Alles gut? Ganz schön warm. Bei mir auch. Online soweit auch, alles gut. Der Berg ist wunderbar. Super, super. Okay. Halbzeit haben wir auch schon geschafft. Es geht auf der Martell weiter, die ihr schon nicht bekommen habt. Jetzt machen wir mal die Mate gleich so gut. Okay. Knie anwinkeln. Gestreckt in die Schulter hier wieder aufpassen. Jetzt geht's mit dem Popo hoch. Gebeugtes oberes Sein abheben. Bewegt den Knie nach vorne und wieder zurück. Ohne im Holzkreuz zu verfallen. Hier selbst bleiben. Also 90 Grad die Bewegung. Nur 90 Grad. Knie nach vorne und wieder nach hinten. Okay. Arm zur Decke strecken. Fals wieder beschlossen. Jawohl. Atme. Atme. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Wir halten das Bein. Wir halten das Bein. Jetzt geht der Arm nach unten. Schöne gerade hier. Wagt weg und das Bein strecken. Genau. Die Hand kann man auch öffnen. Und jetzt geht's nach vorne und zurück mit Bein. Halte deinen Körper fest. Deine Körpermitte. Die Hand berührt den Bein. Wenn es zu viel ist, mach ruhig. Hier ist es leichter. Ellbogen zum Knie. Oder gestreckt. Beides. Der Arm und das Bein. Die letzten acht. Und jetzt nur noch vier. Drei. Zwei. Sehr gut. Fuß nach unten. Vier setzen. Durchlaufen. Und jetzt noch vier. Die Beine. Die Beine. Warte wieder auseinanderlegen. Die bleiben noch auf der Seite. Unteres Bein wieder. Unteres Bein wieder mehr nach vorne stellen. Die Beine bleiben so. Oberes Bein auf der Matte. Jetzt bitte gucken, dass die Wirbelsäule so gerade ist wie das Bein. Also schöne gerade wie hier. Dann geht's mit dieser Hand hier auf die Matte. Leicht vor der Brust. Die untere Hand geht auf die obere Schulter. Und wir machen die kleinen Liegenspitze. Dreh den Kopf, wenn dein Nacken weht. Und einfach mal nach unten schauen. Da ist es am einfachsten. Für den Nacken. Atme. Atme. Beuge deinen Arm. Und geh tief. Und hoch. Jawohl. Wir haben es gleich geschafft. Die letzten vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Hinsetzt. Das gerade Bein bleibt lang. Das gewollte bleibt gewollt. Durchschnaufen. Wir atmen. Tief ein. Gehen wir den Armen nach oben. Und wieder runter. Einfach mal entspannen. Tief durchatmen. Versuch mit den Ellenbogen runter zu kommen. Zumate. Rücken ist rund. Kurs hängt nach unten. Zwei tiefe Atemzüge. Dann bitte auch die Hände aufstützen. Und wir wechseln langsam auf die Seite. So. Wieder auf den Unterarm aufgestützt. Wir fangen mit der einfachen Übung an. Komm. Alle bereit? Hüfte geht hoch. Und das Bein abheben. Kleine Bewegung, wieder 90 Grad. Beburgt das Knie, geht nach vorne und wieder zurück. Ohne im Hohenkreuz zu verfallen. Genau. Das Bein in die Hüfte bewegen. Genau. Oberschenkel geht vor und wieder nach hinten. Klasse. Okay, wir halten das Bein. Puh. Okay. Jetzt geht es hier gleich runter mit dem Arm. Das Bein strecken. Und die gleiche Übung wie auf dem ersten Bein. Entweder die kleine Variante. Du beugst dein Bein und Ellbogen. So dass die sich berühren. Oder beides gerade. Die Hand berührt dein Bein. Oder dein Ellbogen, dein Knie. Auf einer Linie. Der Arm und das Bein. Weiter. Wau. 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 Hupst und nach unten drehen. Oder einfach mal bewegen. Damit der Nacken ein bisschen Entlastung bekommt. Und gleich geschafft. Komm. Wir sind gleich durch die letzten vier, drei, zwei, sehr gut, das Bein ablegen, hinsetzen, durchatmen, okay, Marte wieder auseinanderlegen. Die nächste Übung, den Liegestütz einatmen, wichtig dabei, unteres Bein stark an den Hinten und oberes Bleib gerade, schöne gerade bis zum Scheitel, jetzt geht es mit der oberen Hand zum Boden von Schott. Hier, die Hand auf die Schulter, nein, andersrum, oberen Hand ist am Boden, genau, und auf geht's. Ohne, dass du dir den Rumpf ablegst, nicht einfach fliegen, wir wollen was spüren. Auf geht's, weiter. Ich weiß, vormittags ist es so schwierig, ja. Komm, weiter durch. Das macht man nicht so lange, auf geht's. Nimm deine Hand näher zur Brust, nicht so weit. Hier, da wo deine Brustlinge ist. Okay, fertig, hinsetzen. Ist eh schon vorbei. Die Beine bleiben so. Setz euch bequem hier. Die Atmen tief ein, die Arme zur Decke strecken. Länge im Rücken spüren. Und dann langsam nach vorne beruhigen. Wir versuchen auch hier mit den Ellbogen zu Martin zu kommen. Alles entspannen und durchatmen. Spür in deinen Nackenfalle, in deinen Schultern, dass die auch locker bleiben. Entspannen. Noch einen tiefen Atemzug machen. Dann geht langsam wieder auf die Hände. Aufschlüsse. Perfekt. So, jetzt umdrehen. Füße nach vorne. Wir sitzen auf der Masse. Rücken entspannt. Halte sich hier in den Kniekehle. Kurz durchatmen. Sehr perfekt. Jetzt beruhigen wir rechtes Bein, äh strecken, sorry. Mach dich dabei auch vom Rücken gerade und wechseln. Alles entspannt. Bauch bleibt aber immer eingezogen. Und los. Okay? Also Rücken macht mit. Bein strecken, Rücken strecken. Entspannen und nochmal. Zack. Deine Schultern gehen mit. Dein Brustbereich. Nach vorne schieben, wenn du das Bein stehst. Okay? Auf zwei. Und auf zwei alles. Also. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Genau. Strecke. Schultern gehen nach hinten tief und dann nach vorne runter. So, wenn du dich entspannst. Puh. Immer weiter atmen. Gleiches. Noch ab. Okay? Wunderbar. Die letzten viermal. Komm, nehm das Bein noch oben in den Kuls. Maximale Spannungsstunde. Letztes Mal. Wieder entspannt bleiben. Die Hände jetzt vorne an die Knie. Genau. Ein bisschen durchatmen. Passt. Jetzt wieder im Rücken strecken. Ein bisschen etwas mehr nach vorne bringen. Mit dem hinsetzen. Ganz gerade rücken. Perfekt. Die Arme bitte abheben. Wir strecken wieder ein. Weil dabei geht es mit dem Ruf nach hinten und wieder zurück. Hier senkrechter Sitz. Und wechseln. Auch wieder auf zwei. Okay? Eins. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Rücken immer gerade. Brust gleich nach vorne schieben. Eins. Gut. Das Feinden strecken. Bei der letzten Boden halten. Weiter. Kleine Wirbelsäule. Noch achtmal. Langsam. Noch sechs. Damit es schön warm bleibt. Noch vier. Noch drei. Zweimal. Dann kommt Pause. Super. Nach vorne. Die Beine gerade. Füße öffnen. Nehmen wir beide Hände zum rechten Fuß. Halte dich irgendwo fest. Und zieh den Körper nach unten. Wie bei den Oberkörper. Gleich in Bewegung. Und jetzt wechseln wir die Seite bitte mit beiden Händen zum linken Fuß. Genau so. Weiter wippen. Wenn es geht, zieh deine Fußspitze zu dir. Spür die Bewegung im Bein hinten. Genau. Noch ein paar Mal. Sehr gut. Dann geht's in die Mitte. Aufrichten. Letzte Übung für den Bauch. Wir legen uns auf die Matte und nehmen die Beine in die Luft. Hier. Okay. Die Arme abheben. Hebe deine Schultern ab. Ohne den Kopf runter zu bringen. Halte die Beine senken. Jawohl. Hoch zur Seite drehen. Damit die Nacken nicht zu steig wird. Immer lange Hals halten. Nur noch vier. Drei. Zwei. Okay. Arme abheben. Füße gehen hoch. Jetzt heben wir die Hüfte ab. Mit festem Bauch. Mit festem Bauch. Für weiter den Bauch. Achtmal. Füße zusammenhalten. Wenn du es willst. Noch vier. Drei. Zwei. Wir kreisen. Wir kreisen in eine Richtung. Es geht über rechts nach oben. Über links wieder zurück. So, dass die Beine senkrecht bleiben. Genau. Kleine Kreise. Und wie wechseln sie Richtung? Puh. Das Popo muss nach oben. Hebe. 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 Wir sind gleich durch. Die letzten vier. Drei. Zwei. Geschafft. Klasse. Ist es bei allen angekommen? Im Bauch. Klasse. Dankeschön. Okay. Die Arme bitte strecken. Macht euch lang auf der Matte. Die Beine ausstrecken. Wir schließen die Augen. Atmen durch. Jetzt die Arme zur Seite liegen. Gerade zum Körper. Komm. Linkes Bein aufgestellt. Rechtes Bein in die Mitte bringen. Mit der Hand am Knie halten. Über Kreuz. Also, rechte Hand am linken Bein aus. Dann drückst du dein Knie nach rechts zum Boden. Spring mit der Hüfte. Also, ganz leicht. Nach dem Hüfte. Dreh dich zu deinen linken Arm. Schau zu deinen Hands. Und versuch, ihr die Genug gesteigert, indem ihr ihr auseinanderzieht. Schultern riecht und maden schieb. Das Bein riecht und riecht mit dem Boden hier mit dem Arm. Und durchschnaufen, alles entspannen. Tief einatmen in den Bauch und in die Brust. Alles entspannt lassen. Wenn du steigen möchtest, streck dein Bein, halte dich hier an deinem Unterschenkel oder am Fuß und lass den Fuß am Boden. Also hier wirklich ein bisschen näher das Bein strecken. Schau zu deiner Hand nach hinten, immer noch. Spür nochmal ganz bewusst in deinem Körper hin. Alles entspannen. Die Dehnungseite spürt vom Oberschenkel über den Ruck bis zum Fußbereich. Jetzt noch einen dritten Atelier zu klappen. Langsam wieder zurück, kommen in die Mitte. Alles gut hier. Und rechtes Bein gebeugt. Mit der linken Hand zum Boden schieben. Mit der Hüfte wieder nach hinten hüpfen. Und schau noch hinten zu deiner Hand, zu der rechten Hand. Wir halten hier auch eine Weile die Dehnung. Atme tief durch. Bleib alles. Halte alles entspannt. Und spüre hier schon mal die Dehnung am Oberschenkel aus, im Gesäß. Und am Seitlichen rum. Zum Steigern. Wir möchten hier genauso am Fuß halten. Das Bein. Das Knie durchstrecken. Rechte Schulter noch ein bisschen mehr zum Boden schieben. Dreh dich noch ein bisschen mehr in der Talia. Spür die Dehnung. Steigere so weit wie es bei dir geht. So, jetzt noch einen tiefen Atemzug machen. In den Bauch und in den Blut einatmen. Und wieder ausatmen. Langsam wieder in die Mitte kommen. Okay. Die Arme zu decken. Die Beine auch. Halte an den Wagen fest. Und zieh deine Beine näher zum Kuchen. Den Armen ein bisschen unterstück. Spüre, dass deine Hüfte nach oben geht. Versuch die Beine gerade zu halten. Jawohl. Halte. Jetzt geht es mit dem Kopf hoch. Und du machst dich ruhen im Rücken. Und zieh deine Nase an die Beine hin. Dann wieder den Kopf ablegen. Und noch drei Mal mit ausatmen. Ziehst du die Beine näher zu dir. Den Kopf an die Beine hin. Den Atemzug wieder ein bisschen lösen. Und noch zwei. Einatmen. Und letztes Mal. Zieh die Beine zum Körntuch. Guck nach oben. Klasse. Okay. Und die Kniekehle weiter mit dem Schub. Knie umsetzen. Jetzt langsam wieder in den Vierfüßler. Auf die Hände vorne aufstützen. Die Wehformen langsam auf. Beide Füße auf die Kersen. Hüftbreit oder Schulterbreit stehen. Hüftbreit. Langsam aufrichten. Hier nochmal ein bisschen locker. Und zieh die Schulter nach hinten hin. Durchatmen. Den Nacken ein bisschen stretchen. Eine Handhilfe. Wie genau? Genau. Falten. Das Becken auf die Seite verschieben. Weg vom Kopf. Genau. Zieh die andere Schulter nach hinten mit dem Arm. Also Daumen nach außen. Die Wehnung auch im Brustbereich spüren. Und langsam alles lösen. Und dann hier auch. Genau. Langsam. Andere Seite. Jetzt den Entschraub. Nachwippen. Die Dehnung. Seite spüren. Okay. Halten. Hüfte jetzt auch hier vom Kopf weg. Die Dehnung nach unten bis zur Hüfte geht. Daumen nach außen. Und öffnen den Arm nach hinten. Spüren die Dehnung auch im Brustbereich. Langsam die Hände wieder nach unten. Und dann aufrichten. Alles Rücken und Kopf. Super. Die Schulter noch bei meinen 13. Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Start. Und dann aufrichten. Wer bitte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.